Das Event in Frankreich steht kurz bevor von Vivi. Das schauen wir uns auf jeden Fall an mit einem spannenden Drop-Off für alle Leute, die live vor Ort sind. Unter anderem schauen wir uns spannende Daten zum Omi-Token an, wie viele sind wirklich in der App gestaked. Außerdem schauen wir uns alle Comic-Drops an, die bevorstehen. Das auch noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit einer ganz kurzen Korrektur aus dem letzten Video. Das erste Robin DC NFT stimmt natürlich so nicht. Wir haben Robin schon auf der Vivi App und dementsprechend ist das keine FA gewesen. Ich habe das irgendwie total vermasselt in diesem Fall. Auf jeden Fall hier nochmal die kurze Korrektur, dass das an sich eine FA ist. Das ist richtig, aber nicht die erste FA auf der Vivi App. Kommen wir zu Frankreich. Dort sind es nur noch wenige Tage, dann geht das ganze Event los. Ich persönlich werde schon für alle Leute, die auch am Start sein werden, ab Mittwoch vor Ort sein, gegen Abend. Das heißt, falls ihr auf jeden Fall gerne was machen wollt, schreibt mich auf jeden Fall auf Telegram, Twitter, whatever auf jeden Fall sehr gerne an. Und ansonsten gibt es passend auch dazu von der Laundered Police einen sehr, sehr coolen Drop. Und zwar nämlich ein Fidgetal Drop und das finde ich auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr cool. Hier werden wir eine Limited Edition bekommen von diesem Bild, was ihr jetzt gerade im Hintergrund auch seht. Das Ganze wird außerdem nummeriert sein. Das Ganze wird gesigned sein, also unterschrieben sein von den Künstlern. Finde ich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und wir haben hier, wie gesagt, dieses Bild einmal als Circuit Rare. Das Ganze wird hier ein 100 cm mal 50 cm Print sein. Das Ganze wird außerdem hier am Freitag, am 26. Januar verfügbar sein. Das Ganze wird für 200 Dollar erwerbbar sein, so wie auch hier eine Editionzahl von gerade mal 222 Stück haben. Insgesamt wird sich hier Vivi aber wohl 60 insgesamt einbehalten. Ob es dann trotzdem 222 Poster gibt, die man kaufen kann, das weiß ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls wird jeder, der dieses Poster kaufen kann oder gekauft hat, an einen Promocode dazukommen, um das Ganze dann zu redeemen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion für alle Leute, die auch vor Ort sind. Ich persönlich bin auf jeden Fall noch am überlegen, ob ich das Ganze mir holen werde oder nicht. Kommen wir zu einem sehr coolen Update zu den OMI Rewards. Und zwar wurden nämlich hier einmal aufgelistet, wie viele Tokens denn eigentlich wirklich in der Vivi App momentan stecken. Und das sind wirklich spannende Zahlen meiner Meinung nach. Insgesamt sind es 14.000 Unique Wallets, die hier momentan OMI Token halten. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Menge. Und was tatsächlich auch ganz krass ist, insgesamt werden 15 Milliarden Token in der App gehalten. Jetzt sind sogar noch 2 Milliarden dazugekommen. Und wenn man sich hier unten nochmal andere Zahlen anschaut, zum Beispiel wie viele Wallets denn eigentlich, wie viele OMI Token in der App halten, dann haben wir insgesamt 560 Wallets, die über 10 Millionen Token halten, was ich schon sehr, sehr stark finde. Und allein 10.000 Wallets haben unter einer Million, was auch schon eine Menge ist, muss man sagen. Und knapp 2.500 Leute haben eine Million bis fünf Millionen. Das sind meiner Meinung nach eigentlich sehr gute Zahlen und zeigen auf jeden Fall auch, dass viele Leute hier auch bereit sind und auch willig sind, in der App zu staken. Und ich finde es auf jeden Fall auch einen guten Beweis dafür, dass es hier auf jeden Fall auch einige Leute noch gibt, die sehr aktiv sind, die man aber vielleicht nicht aktiv auf dem Marketplace sieht, aber trotzdem auf jeden Fall hier in der App aktiv sind. Für mich auf jeden Fall Fazit sehr, sehr gutes Zeichen. Kommen wir nun zu einer Partnerschaft hier auf meinem Kanal, denn ich bin mit BitGet nun offiziell gepartnert und über meinen Link in der Videobeschreibung könnt ihr unter anderem auch 20% Rabatt bekommen, sowie auch 20% auf Spot und auch Future Trades. Vielleicht für den einen oder anderen hier auf jeden Fall interessant. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich hier auf jeden Fall auch über diesen Link unterstützen würdet und so auf jeden Fall auch diesen Kanal finanziell ein wenig unterstützen könntet. Kommen wir nun zu dem nächsten Comics, die wir sehen werden und zwar nämlich Avengers Hashtag 257 aus dem Jahr 1963. Einmal mit diesen Covern. Ich habe es im letzten Video auch schon gezeigt. Das Ganze wird hier am Dienstag, dem 23. Januar um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden und wir werden auf jeden Fall hier diese Cover einmal bekommen. Natürlich hier auch mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Der Listenpreis hier sind 7 Gems, das Ganze mit einer Additionzahl von 7500 Stück. Und ja, wenn man sich die Daten auf GoCollect anschaut, dann sieht man auch relativ schnell, wir reden jetzt hier nicht von einem super starken Comic an dieser Stelle, weswegen das Ganze für mich auch an dieser Stelle ein Skip ist. Kommen wir zum nächsten Comic und zwar nämlich Daredevil Hashtag 321 aus dem Jahre 1964. Das Ganze wird hier die First Appearance of Daredevil's Black Armor Kostüm beinhalten. Das Ganze natürlich auch wieder hier mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Das sind einmal die Cover, die wir hier am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen werden. Und wir werden natürlich auch uns nochmal die GoCollect-Daten hier anschauen. Die sind nämlich nicht allzu prägend, wenn man sich das Ganze hier anschaut. 9.8 gerade mal für 40 Dollar ist halt nicht wirklich viel. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. In der nächsten Woche wird es sehr, sehr sporadisch Videos geben. Ich werde wahrscheinlich den anderen Livestream machen, da ich an Frankreich selbst vor Ort bin. Die Woche drauf werde ich dann auf jeden Fall nochmal ein weiteres Announcement machen. Dort wird es nämlich dann auch nochmal weniger Videos geben, da ich im Skiurlaub bin und dementsprechend auch deutlich weniger Zeit habe, Videos zu machen. Und wenn dir das ganze Video aber trotzdem gefallen hat und dir auch geholfen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, einen schönen Start in die Woche und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.